Im UEFA Cup gab es gestern zwei Auswärtssiege mit unterschiedlichen Auswirkungen. Jubel der Salzburger Fans in der Slowakei, Tristesse und Depression in der Südstadt. Entscheidend in beiden Partien jeweils eine Elfmetersituation. Otto Konrad fliegt wie Wolfgang Knaller in die richtige Ecke, aber der Ukrainer Bechenar schiesst in die Falsche. Und ich bin natürlich sehr glücklich, weil das war ein sehr wichtiger Sieg für unseren Klub und überhaupt auch für unsere Mannschaft. Ich will hier jedem Spieler gratulieren, auch diesem, was vielleicht nicht so gut gespielt hat. Naja, jeder Trainer ist enttäuscht, wenn er verliert, das ist ganz logisch, dass wenn wir gewinnen, ist ganz klar, dass jeder Freude hat, inklusive der Spieler und jetzt muss ich in die Kabine hinein und muss ich trösten. Fast hätte Dietmar Konstantini seine Mannschaft nicht trösten müssen, denn der 1 zu 1 Ausgleich durch Bacher knapp vor der Pause fällt zu einem günstigen Zeitpunkt. Doch nach dem Wechsel setzt sich das elastische Spiel der Ukrainer durch. Herrliche Konter wie hier, abgeschlossen durch Bachlebayev folgen. 1 zu 2. Kurz darauf wieder ein Pass in den freien Raum und Michael Lenko vollendet. Sogar 1 zu 3. Das 2 zu 3 durch einen Kopfball von Rogaljung ist nur mehr Ergebnis-Kosmetik. Baumitt hat Miravaka scheidigt gegen Tjepo Petrovsk aus. Anders Casino Salzburg. Weber setzt Stadler ideal ein, das ersehnte Auswärtstor gegen Dunais Kastreda gleich zu Beginn. Nachdem die entnervten Slowaken, wie gesehen, einen Elfmeter vergeben, fixiert Pfeifenberger nach einer Stunde das 2 zu 0, den Endstand. Und Salzburg kann vom großen Geld träumen. Gibt es für Sie jetzt einen Wunschgegner für die nächste Runde? Ich persönlich hätte gerne, dass wir es bekommen in Bayern München. Statt möglicherweise in zwei Wochen gegen Bayern München geht es jetzt am Freitag gegen den Wiener Sportklub. Ja, das Leben geht weiter und das Leben geht weiter und das Leben geht weiter.